Als erstes stelle ich ein Buch vor, das ich in meiner Kindheit schon absolut geliebt habe. Es ist Mio, mein Mio von Astrid Lindgren. Es ist eine neue Ausgabe anlässlich ihres 20. Todestages. Das Buch ist ursprünglich 1954 geschrieben worden, übrigens in der gleichen Zeit als auch Der Herr der Ringe erschien. Und es hat auch eine ähnliche Geschichte. Der kleine Junge, der macht sich auf den Weg, gegen das Böse zu kämpfen, in diesem Fall gegen Ritter Kato, und erlebt dort ganz viele Abenteuer. Und in diesem Buch ist es so, das ist jetzt eine Neuausgabe, die ist auch wunderschön bebildert. Ich zeige es mal hier mit ganz vielen farbigen Bildern. Es macht richtig Spaß, das mal wieder zu lesen. Und ist ungefähr für Kinder ab acht Jahren. Dieses Buch handelt von dem Tod und der Trauer. Pelles Vater hatte Krebs und ist gestorben vor einem Jahr. Jetzt überreicht ihm die Mutter einen Karton mit Briefen, die Pelles Vater vor seinem Tod ihm noch geschrieben hat. Und das sind 16 Aufgaben in diesem Karton, die Pelle erledigen soll. Zum Beispiel seiner Mutter ein Kleid kaufen und mit ihr abends mal essen gehen, ausgehen. Und Pelle ist am Anfang etwas irritiert, macht das dann aber und entdeckt irgendwie so wieder auch, wie langsam wieder Farbe in sein Leben kommt, das vorher doch sehr von der Trauer bestimmt war. Die Autorin schafft es wunderbar, in diesem Buch so eine Balance zu halten zwischen Trauer und zwischen auch Freude und Humor. Von daher ist dieses Buch schön geeignet. Es wird auch sehr deutlich, wie wichtig Beziehung im Leben ist und dass man eben auch nie aufgeben soll. Corona spielt in den Büchern immer mehr eine Rolle. Und dieses Buch handelt tatsächlich von Corona. Es ist Frühjahr 2020, die Zeit des ersten Lockdowns. Die Kinder sitzen zu Hause im Homeschooling, die Eltern wissen nicht, ob sie ihren Job behalten können. Alle haben Angst, es gibt Verschwörungstheoretiker. Und in dieser Zeit spielt dieses Buch. An der Tür klingelt der Postbote, Majas Schwester. Kleine Schwester hat ihr Kaninchen auf dem Arm, Hannibal heißt es. Und sie machen die Tür auf und Hannibal haut ab. Und Maja ist total traurig, weil dieses Kaninchen hatte sich sehr lange gewünscht. Jetzt sucht sie dieses Kaninchen und die Eltern verbieten das natürlich, wenn man in Corona-Zeit nicht jetzt überall klingeln darf. Sie setzt sich darüber hinweg und beginnt, ihre Nachbarschaft zu erkunden und zu schauen, wer macht das, wer könnte Hannibal haben. Wird Hannibal vielleicht sogar noch im Kochtopf enden? Und obwohl Corona ist, obwohl alle auf Abstand sind, lernt Maja diese ganze Nachbarschaft um sich herum kennen und auch nochmal neu kennen. Und das Schönste daran ist, sie lernt auch Nico kennen. Das ist ein Junge aus dem Hinterhofhaus, mit dem sie dann eine große Freundschaft hat. Also sie sucht ihr Kaninchen, was weg ist, und findet Nico. Ein ganz tolles Buch, was super auf Augenhöhe für die Kinder geschrieben ist und diese ganze Corona-Zeit ganz toll auch mit einem Augenzwinkern immer wieder mit reinnimmt. Femi Fadukpa, der Autor dieses Buches, ist in Togo geboren worden und hat einen Master in Quantenphysik in Oxford gemacht. Und das ist wichtig, weil in diesem Buch geht es auch ein bisschen darum. Der schwarze Junge Esso lebt in London und gerät in einen Bandenkrieg aus Versehen. Doch bevor es eigentlich zum Countdown kommt, wird Esso überfahren und in dieser Nahtoderfahrung hat er eine Vision der Zukunft. Er sieht, wie seine ganzen Freunde sterben. Das passiert dann tatsächlich auch im realen Leben. Also er konnte nicht nur die Zukunft vorhersehen, sondern es war tatsächlich. Es trat dann auch so ein. Und 15 Jahre später ist Esso immer noch damit beschäftigt, eigentlich dieses Erlebnis zu verarbeiten und versucht mittels Quantenphysik, mittels Rechner, Mathematik, noch einmal in diese Zwischenzone, in diese andere Zeitzone, die er damals gesehen hat, als er fast gestorben ist bei dem Autounfall, zurück zu gelangen und nochmal das Schicksal zu verändern. Ob ihm das gelingt, steht in diesem Buch. Es ist ein Buch für Kinder, die Mathe total begeistern, die aber auch noch Philosophie gern mögen, weil es geht eben auch um diese Zwischenzeiten, Zwischenebenen und Zeitsprünge. Das Ganze auf einem ganz hohen Niveau. Es macht richtig Spaß, wenn man tatsächlich auch beim Lesen mitdenken, also als Friller mitdenken will und auch mitrechnen will, weil zum Schluss sind tatsächlich auch alle Berechnungen, die Esso macht und noch ein anderes Kind, was er dann findet, machen, sind dann auch aufgelistet und kann man auch nachvollziehen.